Die geplante Regionalstadtbahn soll die Kreise Reutlingen, Tübingen und Zollernalp verbinden und damit den öffentlichen Personennahverkehr und die Verkehrssituation in der Region Neckaralp wesentlich verbessern. Aber wann kommt die Regionalstadtbahn denn jetzt? Oder besser, kommt sie überhaupt? Um einige der noch offenen Fragen zu klären, hat sich der Reutlinger Landrat Thomas Reumann gestern zu einem Gespräch mit Verkehrsminister Winfried Harrmann und Finanzminister Nils Schmid in Stuttgart getroffen. Wir haben die Ergebnisse für Sie. Die Elektrifizierung von Ammertal und Ermstalbahn ist der erste Schritt zur Regionalstadtbahn zusammen mit der Strecke Reutlingen-Tübingen. Für Ersteres sind die Kommunen zuständig, Zweiteres fällt in die Planungszuständigkeit der Deutschen Bahn. Und deshalb haben wir vom Land gefordert, wie in anderen Vergleichsfällen auch, das Land dieses schon gemacht hat, dass das Land dort das Risiko übernimmt, falls wir nicht den vollen Anteil des Bundes bekommen. Das Land hat sich hier bewegt. Das Land sagt, jawohl, wir stellen euch hier gleich mit anderen Projekten und sagen, wenn ihr nicht die 60%-Förderung bekommt, übernehmen wir das. Was das Land in Person der beiden Minister aber auch nach den gestrigen Gesprächen weiterhin ablehnt, ist dieselbe Zusicherung für den kommunalen Part, also die Elektrifizierung. Das Problem, das entsprechende Förderprogramm des Bundes läuft aus und es sind weit mehr Projekte dafür angemeldet, als finanziert werden können. Die Regionalstadtbahn ist nicht ganz vorn mit dabei. Die Chancen, dass für Armstal und Ammertalbahn nicht die vollen 60% vom Bund kommen, sind also durchaus gegeben. Aber genau diese 60% in Zahlen, 37,5 Millionen Euro, brauchen die Kommunen, um nicht über die Grenzen ihrer finanziellen Belastbarkeit zu treten. Ich denke, wir müssen zur Kenntnis nehmen, unsere Kernforderung, dass wir eine verbindliche Risikoabsicherung bekommen, ist nicht erfüllt. Und jetzt müssen wir bewerten, wie ist denn die Zusage des Landes, dass wir für den Fall, dass es Nachfolgeregelungen gibt und für den Fall, dass es eine Landesregelung gibt, wir auf Priorität 1 gesetzt werden. Die Argumentation, es gehe um Gleichbehandlung und wenn das Land bei der Regionalstadtbahn die Kommunen absichere, müsste es das auch für andere Projekte tun. Und das sei nicht zu leisten, lässt Räumann nicht gelten. Wenn dem so wäre, hätte ich größeres Verständnis für das Land. Aber genau dieses ist nicht der Fall. Denn wir sind das einzige Projekt in Baden-Württemberg, das beide Bereiche, nämlich den DB-Anteil, den die Deutsche Bahn macht, und den kommunalen Teil untrennbar miteinander verbindet. Jetzt sind die Kreistage in Reutlingen und Tübingen gefragt. Die Möglichkeiten sind überschaubar. Entweder die weiteren Planungen aussetzen, bis im Jahr 2020 feststeht, wie es mit der Förderung vom Bund aussieht, oder aufs Prinzip Hoffnung setzen, dem Vertrauen, was das Land in Aussicht stellt und schrittweise weiter planen. Der Reutlinger Kreistag entscheidet am Montag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017